Ich habe zuerst gedacht, ihr hättet mich, aber ich habe gesagt, der kann ja nicht sein, die war ja voll aus dem Stück weg von der Länge. Und irgendwie. Du bist meine Erfahrung, oder? Genau, das hat sie jetzt auch schon mal. Nur wenn du die dann ankippst, du bist die Tat. Du bist die Tat und noch reiben Tränen. Du hast ja Mund und Tren und Tren und du hast viel bedacht. Du hast viel mehr zu tanzen. Du fackst ja, wie kreist du. Wie kreist du. Du bist so freundlich. 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 So, ich bin hier nach Hause.